Und wieder der nächste Kampf. Und wieder machst du die Gegner platt. Was mag ich wie Feuer? Ach, Quatsch. Fügt mal die falsche Taste. Den können wir mal, von wegen Gegner wechseln nach links. Nein, da wechseln meine eigenen Leute. Denkst du ja immer je nach Kamera. Ja, das ist schon wieder. Hm, ja! Bams, vernichtend. Ich muss aber sagen, Orin haut extrem rein. Juna, Eisattacke! Wat? Verwundert das Fiege schon tot? Sicherlich. Das ist schon interessant, dass manchmal echt extrem... Ah, da haben wir's doch. die ist klar verstehe ich von selbst leise zu befolgen und dem verletzten zu helfen tiki wären wir den der abbringenden bürgerwehrschutz in unserem tempel die wurde hart genug bestraft und soll nun wieder in unsere mitte aufgenommen werden das segen ihr wird es sein mit euch ein pushen halten immer nützlich wir wollen uns im tempel ausruhen aber wir sind abtrünniger keine ahnung ob sie überhaupt zu dritt gewähren ach ja hier gibt es muss halt die menschenverscheinern nehmt das hier als schutz wegen der scharre halten so viel dazu ach hier ist eine abzeichnung ich glaube dass die mir auch noch mal mit hier wegen abwehr und so auch wenn ich das hin und her machen muss die 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 auch nicht schon wieder doch leider also es kann nicht am ehemaligen wenn das passieren darf bei der auch Das ist der erste Buchstabe von meinem ersten Wort, das ich sage, ist weg. Ja, gut. Das ist allerdings eine Sache, die man einstellen kann. Genau, das mache ich jetzt mal kurz. Ich hasse es, wenn er mich dann raushaut, nur weil ich am Mikro ringstille. Ja. Das ist eine Scheiß-Immo in dem Wort. Ja. Definitiv. Und den Gegner habe ich definitiv geschrotet. Ja, bist du denn? Okay, es ist ein Stein. Ich bin der Starra. Das ist am besten für Juna, oder? Ich kann ja auch nur Juna tragen. Du hast jetzt keinen mehr rumgetragen. Ach, ja. Einer meiner Kameraden wird vermisst. Ich hoffe, er ist wohl auf. Möglich. Keine Ahnung. Hier ist eine Kiste, die man gut übersehen kann. Sind Wappen halten. Und Gegner. Och, nö. Ihr geht mir jetzt überschaffen, dann wisst ihr das. Weiß nicht, drück nach rechts, ne? Weiß wo es hingeht zu Oran. Obwohl rechts von Steven Juna steht. Invertierte Steuerung nennt man das. Oh. Oder die sind festgelegt. Welcher Position wer ist. Beim Auswählen. Auf jeden Fall finde ich das gerade unzündig. Naja. Manche nehmen invertierte Steuerung, manche nehmen. Kann man das nicht eigentlich auch hier wieder umstellen? Also normalerweise finde ich diese invertierte Steuerung nur... Ähm, das ist keine invertierte Steuerung. Naja, wenn ich nach rechts rücken und es geht nach links, äh... Punkt. Oder steht, äh, ähm, Juna hinten in der Reihe. Dass dann Aron in dem Sinne rechts steht. Wahrscheinlich deswegen. Ach so. Schwarz mag die Feuer. Auf Ifrit. Finde ich cool. Wenn man sich mit Feuer selbst heilen kann? Ja. Das ist ja auch ziemlich logisch. Ja, logisch und praktisch. Ja, aber wird nicht so über... äh, übernommen. Nö. Aber hier finde ich es gut, weil, äh, Bestia kämpfen ja hier alleine. Du kannst die Bestia steuern und du hast natürlich keinen Mitspieler, der dann mal heilen kann. Und dementsprechend... Ja. ... eine logische Verbesserung. Genau. Im ähnlichen Kampf, die gibt es ja in Final Fantasy VIII, aber da, äh, schützen die GF ja nur die Beschwore kurzzeitig mit ihrer Lebensleistung. Naja. Ich habe ja gehört, dass es einen Final Fantasy VIII gibt. Ach nee. Komm. Ich habe mit 13 schon aufgehört. Naja. Also das, was ich gesehen habe, das könnte ich mir nochmal angucken, wenn es wirklich, äh, fertig ist. Naja. Aber erstmal warten, bis fertig ist. Wir befinden uns. Wir werden die ... ... und den Orden von neuen dienen. Okay. Scheiße. Wir erholten den Satz nicht. Ich würde mich äh, nicht stark behaviorieren. ... der Part 1. ... ich würde dich nicht mehr so zu belastet. Und ich würde mich auch am Team verabschlangen. Ich würde mich die ... Ich will mich wählen. Ich würde mich nicht mehr meno Krische anbieter aufmachen. Es würde mich noch aber auch bei euch unterhalten. Ich würde mich rhaben. das war nicht die volle Besserung dauern sieht aufdauern auf das kostet Zeit das stimmt benutzt entfernen für die Füße die Füße die Füße die Füße das ist und was das ja was was k Aus vielen anderen Projekten. Ja. Nicht da ja gemacht. Mal zur Übertreibung. Bei der Küstendefensive von Josef letztes Jahr hatten wir viele Tote zu bezahlen. Doch diesmal ist es kein Vergleich. Jeven hat uns bestraft. Das habe ich auf dem Schlachtfeld gefunden. Bitte benutzt das. Mega-Pochen halten. So. Optionen. Bestia. Kurz. Karte ein wie Baton ein. Hilfe, lass mal ein. Cursor, Merken, Namen. Titel, ja. Hey! Wie lange dauert Zanarkin? Still ein Weg. Erst nach dem Mondflug, in die Guado-City of Guado-Salaam. Dann überrascht wir die Thunderpläne, in den Tempel von Makalania. Oh, boy. Und bevor das, wir kommen zum Tempel in Josef. We can't just skip all that, can we, huh? I have to pray to the Faith in every temple in order to earn the final Aeon. That's a summoner's training. She's got to prepare, mind and body, all just to get ready for the final summoning. Hmm, must be tough, Yuna. I'll be fine with you here. Ah, you can see what I have for a wicked one. Wow. We have a temple, Joza. A few are put back on the march. Hey, trick sit there, eh. Bleh. It's not too much here. Hey, new guy. Me? Who else? What can I do for you, boss? Don't tell Yuna, you know about Sin and Japt. Huh? You know her. She would distance herself from you. We do not want that. I see. I think. Yeah, but even if I did say something, no one believed me, you know? Yuna would. Ah, you have a point. Come to think of it, did I really have to know about Japt? What about my feelings? Better than you finding out at a critical moment, becoming emotional. What? Me? Emotional? I heard you were quite the crybaby. Yeah, maybe when I was a kid. Huh, maybe even a little now. Just a little. Hey, I still don't buy your story, you hear? What I was a kid that was a kid was a kid who said, when you were a kid. Okay. Okay. Yuna, es ist gut zu sehen, dass du und deine Freunde gut sind. Sie selbst auch, Kapitän. Wir haben Angst. Praise be to Yevon. Wir sind mit unseren Leben. Aber unsere Truppen wurden decimiert. Von allen unseren Chocobos, nur dieser hat es geschafft. Wir machen ziemlich poor Chocobos-Mounted Forces ohne Chocobos. Wir haben unsere Begriffe auf die Teachinge und weggebracht unsere Hoffnung. Das, das ist unsere Reward. Es ist nur du jetzt, aber keine Angst, wir sind hier für dich. Es ist nur du jetzt, aber keine... Wir sollten... Wir sollten... Wir sollten niemals die Teachinge ignorieren. So viele sterben in vain. Es war ein Fehler. Das ist nur du jetzt. Aber nicht mehr, wir sind hier für dich. Da höre ich mal ein Schokobo-Geräusch, also anworte ich, wo drauf. Na ja, die Schokobos. Na ja, das einzige übrig geblieben, da. Von denen... Ist das die Josee Temple? Die Schokobo-Ritter. Weil, äh... Elma spricht auch direkt zu denen hier im Chocobo. So. Aber sie hat auch mit den Schokobo geredet. Ja. Elma? War es nicht Emilia? Nein, es war Elma. Ich hab's ja eben am Steam gesehen und immer. Was zum... Du hast beides an. Okay. Ja. Ja. Daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Daran, dass der Tempel sich, äh... mit seiner Abwehr aufknackt, um einen Summoner einzulassen? Ja. The lightning mushroom rock. It only opens when a Summoner is addressing the fate. That means another Summoner is already in there. Another Summoner? What if it's Donna? We have to hurry. Ah, man sieht schon welches Element das hier ist. Mein Lieblingsbestion. Ecyon. Elektro, oder wie? Ja. Speichern. So, speichern. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht, aber man kann's wirklich sofort erkennen. So dachte ich ja auch. Gut, machen wir mal ein kleines Spielchen hier. da. Pf religionsろ 31